Und damit ein herzliches Willkommen zur ersten Folge der Legostadt. Die Legostadt habe ich als allererstes im Blue Brick Programm designt. Hier seht ihr sie. So soll sie am Ende aussehen. Auf diese markierte Stelle kommt der Strand, auf diese markierte Stelle kommt die Stadt, auf diese markierte Stelle mit ein bisschen Grün kommt ein Leuchtturm und auf diese markierte Stelle kommt der ländliche Bereich. Und auf diesem YouTube-Channel werden wir diese Stadt zusammen aufbauen. Und nun bauen wir die Grundfläche mit Baseplanes. Und das ist unser Endergebnis. Das ist die Grundfläche der Legostadt. Die weißen Steine halten bis auf weiteres die Grundplatte zusammen. Hier auf dieser Fläche wird dann noch ein Strand entstehen. Damit alles bis auf den Strand etwas erhöht steht, haben wir hier ein paar Bücher hingemacht. Und damit war es das auch für die heutige Lego-Stadt-Folge. Lasst gerne ein Abo da, like das Video und schreibt unten in die Kommentare, wie ihr den Bauplan der Stadt findet und welche Ideen ihr für die Stadt habt. Ciao! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020